Let's get through me till I'm numb Oh, 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 oh So, eins Und damit herzlich willkommen zurück auf Subbase Hello Es hat Jahre gedauert, aber es waren wenigstens ein paar Streams zwischendrin Ja, von mir nichts, aber doch Von, doch, ein, ein Ja, du hast ihn, glaub ich, wieder gelöscht Von mir waren welche Also meine sind noch oben meine Rocket League Streams und so Also ich bemühe mich im Gegensatz zu dem Herrn Ja, äh, Business Funktion, weißt du Was für Business, Alter, du sitzt den ganzen Tag zuhause an Nixens Scheiß, bist du nur zu faul irgendwas zu machen Weißt du, kann man's auch sagen, ja Du kann man's auch sagen, so ist es einfach Also Schnauzenfresse Okay Willst du ein Diaschwert? Ja, geh mal her Da Ähm, ja, wir spielen Skywars, weil Skywars funktioniert immer Für die Klicks und so Die Gegner müssen wir töten, ne? Du hast das Spielprinzip von Minecraft PvP verstanden, ja Ja, ich bin gut So Es war Gegner töten Ich bau mich mal hier rüber, ne? Ja, ja, mach du mal Ich lauf hinter dir her und ich versuch auch nicht dich runterzuschucken oder dich zu irritieren oder sonst irgendwas Oh, Alter Pfff Ich glaub, die sind in die Mitte, ne? Die, da, da, da zieht nach dem, in die Mitte aus, ne? So Wieso brauchst du dich jetzt auch? Bin ich zu langsam oder was? Alter Oh mein Gott, ich hab'n Kill Ich hab'n Kill Uhhh Uhhh Der ist auf mein Ding gesprungen, Alter First Blood Na, ich glaub' doch Ich stimmt Na, knapp Knapp Äh Bringt uns aber was? Nicht viel, ne? Das bringt uns nicht viel Also, äh Na, scheiße was Ja Warte mal, ich kann mir noch dir her machen, nämlich voll dir Ja, der kommt hier mal, Alter, gar nicht gesehen Ich hab noch Half-Life, alles diese Nice one Boah, volles OP-Schwert Was hat er denn für'n Schwert? Erschabnis 1, Unbreaking X Ja, das ist dieses, äh, das Assass... Assassine, oder? Ja, Assassine Apropos Assassine, wie hat's Assassin's Creed? Wie kam das an? Pfff Das ging Das ging tatsächlich Warum Assassin's Creed 2? Warum Assassin's Creed 2? Weil Assassin's Creed 2, der meiner Meinung nach der beste Teil ist Beziehungsweise mit die Ezio-Triologie Mit, äh, Brotherhood und Revelations, glaub ich, ist es noch Also von den alten find' ich den dritten am besten Der dritte ist auch noch gut Ne, der dritte eher nicht Äh, 4, Black Flag, war doch mal geil Ich fand 3 geil Ich fand 3, ne, hast du 2 jemals gespielt? Äh, nein 2 ist, finde ich, meiner Meinung nach einer der besten Assassin's Creed Heine Okay Definitiv Aber weil... Das ist mir zu alt, ganz klar Da wartet, wir kriegen jetzt jemand in der Mitte Was soll da warten? Soll ich ihn töten? Ha 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 Die kommt zu spät, glaub ich, die Enderpelle Oder die Connected gar nicht mehr Ah, okay, ich bin RIP Ahhhh Ich dachte nicht, dass er so dreist einfach die Eier rausholt Digga, easy Da gönnt er sich n' Kill, der Typ Voll der Pro und so Warum hat der dich jetzt nicht runtergeschossen? Ja, Alter, das siehst du in der Aufnahme, wie ich grad elegant ausgewichen bin Du und elegant ausweichen Na, da sonst noch irgendwelche Wünsche? Tja Wirst du schon sehen Ähm Ganz ehrlich, du weichst zu elegant aus wie ne Gazelle Er kommt übrigens jemand in die Mitte Alter, wo? Ja, von wo, wo? Es gibt nur ein Teamwork Hä? Wie low war ich denn? Ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet Das Klassische, der hat mich grad getuhittert mit zwei Herzen, ne? Ich war noch full live Ich war noch full live Ich war noch full live Kapper Egal Das war Runde 1 Tobi hat wenigstens ein paar Kids gemacht Ich hab komplett abgeschissen Wir sehen uns in Runde 2 Bis gleich Runde 2 Diesmal erfolgreich As fuck und so Kapper Genau, ja Mhm So Bestes im Kopf Hier, ich hab Sachen Die kannst du anziehen Echt? Ich will mich aber nicht anziehen Ich lauf gerne in Akro Naja, hast ja keinen Skin, der so aussieht Ja Sei froh Ja Ich will die Gegner ja nicht, ich will die Gegner ja nicht blenden, weißt Ja, du weißt, worauf ich das beziehe Er hat's verstanden Ich glaub, die unsere Zuschauer verstehen's nicht Äh, mit so'n Diaschwert Ich hab' dir einen Diaschwert Mit so'n Diaschwert? Ne, ne, sowas brauch' ich nicht, sowas brauch' ich nicht schlechten So, du hast'n Diaschwert Ja, ich... wie... Wollt abfüll, Alter Ja War halt rein, glaub ich geh in die Mitte Da war zwar schon jemand, aber... Ja und... Die könnte man theoretisch jetzt so... Ich hab' mir erstmal den Enchantment dabei gegönnt Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt Kommt... Bau' mal so'n bisschen Arena auf hier so Okay, ich glaub' Oh, die werden gegangen, glaub' ich Hab' einen Nice one Ich baue immer noch so'n bisschen Arena auf Alter, das sind ja schon viele WTF Lasst's chillen, lasst's chillen, lasst's chillen, lasst's chillen Wir haben keinen, wir haben... No need to fight, no need to fight No need to fight, er rennt nach vorne Ja, das muss schon sein Ich mach' den einfach auf der Seite Welche Seite? Auf der anderen Seite Na gut, die... Ah, die haben Schnellbälle Den hab' ich grad ins Face bekommen Mit Schwung Lol, rip Wie die Leute, rip Egal, ich lauf' einmal eine Runde und dann komm' ich wieder rein Ist's denn noch hinter mir? Nein, haben wir aufgehört Kein Problem Auf beiden Seiten ist ein Team Röt ned 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 Nice! Mach's du gut? So, der andere kommt zu dir Ja, die kommen in die Mitte gerade Oh fuck, der wird runtergeschraben Oh nein, oh nein, oh nein Röööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Da fehlt noch einer. Ah, der ist in der Mitte. Ja, einer hat sie in die Mitte gewusst. Nieselt. Ähm. Wir holen ihn ja. Komm, holen wir ihn in der Mitte. Warte kurz. Eier. Da ist sogar zwölf. Der hat okay, der hat Verbrennung. Hab ihn aber. Okay. Müsstens überleben. Hoffe ich zumindest mal. Ja, easy. Oh, warte. Den Typ da hinbekommen. Ja, das ist der letzte. Äh, der vorletzte. Also zwei nehmen wir jetzt noch. Ich hab den. Ähm. Ja, der ist halt Dia hier. Ja, ich bin eigentlich komplett kacke geclippt. Aber ich brauch halt noch was. Hast du was für Food? Ich hab Dias noch, warte. Und was zu essen, ja. Ich hab selber ja noch was gefunden. Hier. Ist ein Dia. Oh. Da liegt noch Steak neben dir. Ja, passt. Ich mach jetzt erstmal, äh, Dia post kurz. Weil wichtig. Na, jetzt wird das sehr giesig. Dankeschön. Ich bin auch, äh, acht Herz. Du chattest. Du chattest zu schnell. Alles klar. Du chattest? Ja. Warum chattest du? Ich weiß auch nicht. Erstmal noch Sharpness aufs Schwert gönnen. Ja, gönn dir, gönn dir. Ja, kannst du auch noch gönnen. Sharpness auch. Was? Ich wusste jetzt. Hier. Da. Oh, jetzt verpisst er sich. Natürlich verpisst er sich, weil ich jetzt komm... ...den jagen werde. Oh, lol. Oh, lol. Okay, das war bad. Oh, war richtig schlecht von mir. Hm. Der ist auch blau. Ich hab Angst vor dem. Ja, das ist egal. Den kannst du easy holen. Der ist echt kacke. Ich crafte jetzt noch schnell, aber der ist echt kacke. Hol den einfach. Hol den. Gönnen dir. Gönnen dir. Loll. Hast du gesehen, wie schnell er reagiert hat gerade? Ja, egal. Alter. Okay, schade eigentlich. Ja, verlier. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abo nicht vergessen. Und verbleibt es hier in die Kommentare. Schreibt was wir jetzt nächsten Spielmodi, Spiel, was auch immer machen sollen. Oder auch in den Streams mal machen sollen. Jo. Schreibt alles in die Kommentare. Schreibt einfach alles in die Kommentare. Kommentar ist gleich, Activity auf Videos ist gleich, mehr Leute sehens. Businessman hier. Businessman, äh, unser 100 Abonnenten Special kommt dann irgendwann dann mal. Ne? Wir haben ja die 100 Abonnenten geklappt. Was machen wir überhaupt? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, was für 100 Abonnenten Special wir machen sollen. Seid kreativ, tobt euch aus. Und bis zum nächsten Video und oder Stream. Tudelü. Ciao. W essen. So ist doch also ein bisschen Kansage zu receptive. Wirlinkieren. Und diejenigen, wie natürlich wir mit dem Ho пошuf, didn't bei Nachbache vor sehen. Ja. Wir haben das Charliezę. Ergrica.